Hallo, herzlich willkommen in meine Talknet. Heute bekommt ihr ein weiteres Rezept von mir und zwar mein Cantuccini Rezept. Ich zähle es jetzt mal nicht zu den Plätzchen mit dazu. Das gibt es nämlich bei uns das ganze Jahr über. Das ist ein italienisches Gepäck und ich zeige euch jetzt einmal die Zutaten. Ihr benötigt 250 Gramm Mehl, 200 Gramm Mandeln, 100 Gramm Zucker, eine Prise Salz und zwei Esslöffel Vanillezucker, einen Teelöffel Backpulver, zwei Eier, 25 Gramm Butter und ein halbes Fläschchen Bittermandelaroma. Das waren jetzt die Grundzutaten und ihr könnt den Teig jetzt noch verfeinern mit Zitronenschale und ihr müsst auf jeden Fall noch eine Flüssigkeit mit dazu geben. etwa 30 bis 40 Milliliter und da könnt ihr dann entweder Kaffee mit dazugeben oder Amaretto oder irgendwelche andere Liköre oder Aromen. Ich werde jetzt heute etwas Amaretto mit dazugeben und dann noch Zitronenschale. Gebt dann alle Zutaten in eure Schüssel. Bevor ich jetzt die Mandeln mit dazugebe, lasse ich den Teig erstmal durchrühren. Normalerweise benutze ich immer gestiftete und ganze Mandeln. Heute habe ich aber keine gestifteten deswegen hacke ich meine Mandeln jetzt noch zur Hälfte in Stifte. Und ihr dürft euch nicht verwundern, der Teig ist ziemlich klebrig, aber der gehört so. Ihr könnt auch nur ganze Mandeln benutzen, aber ich finde es irgendwie besser, wenn auch ein paar gehackte Mandeln mit dabei sind. Dann gebt ihr die Mandeln hier einfach mit dazu. Auch die gehackten Mandeln. Dann gebt ihr die Mandeln hier einfach mit dazu. Auch die gehackten Mandeln. Das könnt ihr auch mit der Maschine machen lassen. Wenn ihr den Teig dann fertig habt, könnt ihr ihn gleich weiterverarbeiten. Der muss nicht mehr gekühlt werden und die Cantuccini sind eigentlich schon fast fertig. Also die Zubereitung geht wirklich einfach und es folgen nur noch ganz wenige Schritte. Dann gebt ihr etwas Mehl auf die Arbeitsfläche oder etwas mehr. Der Teig klebt nämlich ziemlich. und kratzt diesen klebrigen Teig aus der Form heraus. Achtet jetzt immer gut drauf, dass ihr genug Mehl zwischen Teig und euren Händen habt. Sonst klebt der wirklich sehr stark an den Händen. Den Teig halbiert ihr jetzt in zwei Teile und die teilt ihr dann nochmal in drei gleich große Stücke. Und jedes dieser Kugeln formt ihr jetzt in zwei Teile. zu einer Rolle. Und jede Rolle hat ungefähr 25 cm an der Länge. Und achtet beim Rollen drauf, dass ihr die Teig und die Teig und die Teig und die Teig und die Teig. die Rolle in der Dicke recht regelmäßig verläuft. Die Rollen gebt ihr dann auf euer vorbereitetes Backblend. Und da müsst ihr jetzt drauf achten, genügend Platz zwischen den Rollen zu lassen. Am besten vier auf ein Blech. Das passt dann ganz gut, wenn man die doppelte Menge backt. Dann hat man drei Bleche von. So mache ich es nämlich meistens. Die Rollen, die werden jetzt bei etwa 190 Grad 11 bis 13 Minuten vorgebacken. Wenn ihr sie aus dem Ofen genommen habt, sehen die Stangen etwas so aus. Die müssen jetzt noch in Scheiben geschnitten werden. Und das machen wir kurz. Nehmt euch dazu eine Stange und schneidet sie aber etwas diagonal. Das sieht später besser aus. Und dann etwa 1 cm. die Teig und die Teig und die Teig. Danach nehmt ihr euch die Scheibchen und gebt sie auf ein Backblech. Da braucht ihr auch kein Backpapier dafür. Die kleben ja nicht mehr. Und ordnet sie aber mit der Schnittkante nach oben an. Damit sie schön an der Schnittkante noch rösten. Die Cantuccini, die werden jetzt fertig gebacken. Bei der selben Temperatur, also 190 Grad, für etwa 10 bis 12 Minuten. Da müsst ihr einfach schauen, dass sie Farbe bekommen, aber nicht zu dunkel werden. Aber auch eine schöne Röstung haben. Die Cantuccini sind fertig, wenn sie ungefähr so eine Bräune angenommen haben. Wenn die Kekse abgekühlt sind, bewahrt ihr sie am besten in so einer Dose auf. Und da sind sie eigentlich auch längere Zeit haltbar. Wie ihr seht, ist es ziemlich einfach Cantuccini herzustellen. Und ich finde, wenn man sie schon macht und sich den Aufwand macht, kann man auch gleich eine doppelte Menge machen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachpacken. Und gebt mir doch einfach Feedback zu diesem Video und zu dem Rezept. Und dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder. Bis dann! Tschüss! Musik 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 Musik